das wissen wir ja so was wollte man heute machen genau wir wollten zum autohändler auf jeden fall mal gucken ob wir da vielleicht noch was holen können und damit wieder am start heute mit einer etwas kürzeren folge aber dafür seid ihr in den letzten folgen mit der länge gut verbündet gewesen so okay belohnung dort können wir theoretisch fahren ich habe gute und schlechte nachrichten die gute ist die kass uns nicht mehr die autos wir dürfen nicht zulassen dass er mit ihnen abhaut hier kann er mit ihnen nichts mehr anfangen sobald wir eigentlich leveln müssten ich habe auf dem laptop ein paar speditionsrechte ich denke wir leveln auch äh ne wir fahren auf ein rennen und leveln wir einander das ist nicht viel aber ich habe es um erzählt naja komm egal so was ist es sobald einer dieser trucks eigentlich müssen wir wir müssen eigentlich leveln und deswegen machen wir das jetzt auch gerade einfach mal das war nämlich eine ausnahme in der letzten folge ich habe das gefühl wir werden ihn brauchen so gehen wir zurück in die rade wir haben ja ich glaube wir fahren um aber doch nicht ja ja ist gut haben wir da raus gucken wir uns heute wieder schaffen zwei level zu holen in der nacht das haben wir nämlich in der folge zufolge geschafft so okay dann gucken wir mal was haben wir denn hier so in der nacht noch rumfliegen da müssen wir die autos wechseln auf jeden fall das ist klar habe ich aber keine story habe ich auch nicht mehr nur die alle level 30 da oben was haben wir denn für die dürfts 3000 haben wir was großes wie viel 18.000 sehr schön ein dürft ja wir gehen mal zurück in die schallreise und machen wir dann weg zum fabeligen dürft dort wir brauchen 28.000 um jetzt müssen wir level 28 zu erreichen ich denke es war 2.12 fahren und kriegen wir das hin ja komm mit dem lambo die carryout wirften zur not die frage ist was müssen wir holen direkt sind bis 70 jetzt muss ich doch noch mit meinem dürft da rausholen dann wird das nicht mehr so gut 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 Ja, das macht aber so keinen Sinn. Wir werden das Ding beenden. Wir fahren zurück in die Garage und dann fahren wir mit dem Düfter mit dem Dings raus. Weil ich ehrlich bin, das macht so keinen Sinn. Da sind die Punkte dann schon zu wenig. Wir werden den Düfter rausnehmen. Wir fahren in ein, zwei Drifts. So, Garage aufsuchen. Schon klar. So, Wagen tauschen. Wir werden auf den Düfter wechseln. Wir werden heute besinnen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Warte mal. Wir können ja mal Leistungstuning mal da in dem Dings machen. Kühler und Motor. 272. Neuer Turbolader mal rein. Gut. Dann bleiben wir in der Nacht. Ein bisschen mehr Power für den Camaro. So, dann fahren wir jetzt auch noch mal Düften. Da unten. Wir müssen nur nicht die Schnellreise da runter machen. So, das fängt ja schon wieder gut an. Das fängt ja schon wieder gut an. So. 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 Also, komm mal. Wir müssen 28.000 holen. Der ist wenig. Das ist der nicht, den ich meine. Warte mal. Wo ist denn der? Hier. Hey. Warte, der hieß doch. Was war das denn? Haben die den jetzt rausgenommen oder was? Oder was ist der hier? Schlangenprüfung? Nein. Weil ich den jetzt abgebrochen habe oder was? Ne. Chrom? Der war ja bei 18.000 oder was? 10.000? Hä? Sonst rennen wir den. Toll, jetzt habe ich das richtige Auto oder jetzt rennt es nicht mehr da oder was? Wir brauchen ja den Level denn nicht. Da ist der Echsenbiss. Der zeigt mir den jetzt okay an. Der zeigt mir das Ding jetzt geschafft an, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Wir haben das vielleicht nicht geschafft. Ja, der hat ja gesehen, dass ich das Ding abgebrochen habe. Aber wir fahren es auch zu. Wir nehmen uns hier 18.000 da. Die war mit und dann nehmen uns 10.000 mit dem einen Ding. Die zwei Dürfts haben wir auf jeden Fall diese Folge noch. Bei dann sind wir nämlich low 28.000 und dann fehlen uns vorhin noch zwei Level, dann haben wir es. 30.000 kommen wir dann endlich auch in der Story weiter. Ich glaube 50.000 ist so der Höchstlevel. Also gib mir die 70.000, die holen wir jetzt ganz easy. Also wieder 70.000, die wir mal haben. Wenn die Kopf nicht mitspielen, dann sollte das kein Problem sein zu erreichen. Okay, gesagt, getan. Die Kopf sind natürlich direkt schon an der Bank. Ah, der ist ja eine Basel. Geh weiter, spinn, Kollege. Wir haben jetzt schon Hälfte, die Hälfte. Wir spielen ein ganz anderes Erlebnis jetzt mit dem Lambo, definitiv. Das ging ja schnell. Ah, wir haben sich schon so kurz hier geschafft. Jetzt fühlt sich deutlich anders anders mit dem... Und da haben wir sie schon. So, jetzt fahre ich doch kurz hin. Da ist mein Kopf. Wir haben ja Zeit. Ich glaube, hier oben in den Hilfs ist es sowieso relativ weit, die Kopf da wieder abzuhängen. Dann fahre ich mal ein, dass wir in den Griff einfahren und dann kann sich das mit den beiden sowieso erledigen. Das ist ja erledigt. Wir haben gerade mal 38 Prozent und wir haben schon 125.000. So viel zum Thema Verfahren wie bei den Drifts. Mann, ich weiß, dass der Kopf jetzt gleich mit uns spielen wird. Ich weiß. Ich hab dich auch gesehen, Kollege. Kann ich eben noch sehr nicht wiften, oder willst du mich verfolgen, oder willst du mitfahren? Das ist nicht wahr. Ich kam nicht mehr raus. Ah, geil. Nichts gewonnen. Weil sie mit einem Düft... Naja, weißt du, ey. Die Frage war, ey, das ist immer gar nichts jetzt gerade, ey. Wir haben schön den Düft gesungen. Ja, scheiße, wenn die Kopf mitspielen. Toll, ey. Nichts. Dieses Rennen ist verflucht irgendwo. Und ich will doch nur diesen scheiß Düft fahren. Ja. Ja. Ich glaube, ich nenne die Falle auf der Flucht der Echse. Ja, Mann, wir haben tausende Fahrrad, allerdings cool, also wir müssen auf jeden Fall nochmal ran. Das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir sind schon wieder zu lange dran. Aber tut mir leid, dass heute einfach nichts geklappt hat. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal. Bis dahin. Tschüss.